Wir dürfen uns jetzt die guten Leistungen, die wir in den letzten Wochen gebracht haben, die dürfen wir uns jetzt nicht runterziehen lassen, dass wir heute hier gegen eine klasse Mannschaft verloren haben. Das Spiel geht abhaken, wir spielen in der Europa League, das müssen wir annehmen, werden wir annehmen. Juvie ist dann einfach eine klasse Mannschaft. Und wie gegen Atletico Madrid, da haben wir am oberen Limit gespielt. Viele Spiele heute hatten wir doch den einen oder anderen, der zwar alles gegeben hat, aber nicht jetzt seine Topleistung abgeliefert hat, dann ist es natürlich gegen so einen Gegner schwer. Ich glaube, wir können uns nichts vorwerfen, außer dass wir zwei Gegentore bekommen haben. Ich glaube, wir können auf die Leistung aufbauen. Aber da hat man auch wieder gesehen, Juventus, dass sie ihre Klasse haben, aus wenig Torschancen natürlich auch das Tor machen. Wir haben jetzt noch drei Spieler und da wollen wir noch ordentlich punkten. Natürlich, wir wissen alle, was ein Derby ist und das dann, egal ist, wer da gerade vorne steht oder hinten steht, das wird ein offener Schlagabtausch mit einer tollen Kulisse. Und deshalb müssen wir das Ding jetzt heute Abend, das haben wir alles versucht, aber abhaken, weil jetzt hier nur noch Derby.